Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Manchmal haben mich Einzelne nur zusammengeschlagen, aber manchmal wurde ich auch von Zweien festgehalten und einige anderen einfach drauf geprügelt. Also es fing sehr harmlos an. Manchmal wurde ich einfach total ignoriert. Es fängt damit an mit Lästern. Also ich hatte schon Angst, weil es waren sechs Leute gegen einen. Ich habe mich so unwohl gefühlt und war die ganze Zeit halt nur traurig. Die anderen machen nichts, sie gucken einfach nur zu oder spielen weiter. Da habe ich mir gewünscht, dass ich eben einfach sterbe. Ich habe mich da auch sehr hilflos gefühlt. Na, wie geht's dir? Was machst du denn? Was machst du denn? Oh, jetzt bist du schon wieder wach, Mischi. Da ist sie. Was?